Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Shyvana im Jungle. Mit dabei ist Nico mit Malfight auf der Toplane und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ihr weißt was für uns richtig krass anstrengend war bei dem Game? Ich bin a la zwei Minuten rausgetapft. Ich hoffe, dass das jetzt nie wieder passiert. Ich meine, ich hatte zwar gutes Champion Design, dass es mir egal sein konnte, ob ich raus tabbe oder nicht, aber ist halt trotzdem kacke. Fängt Red Buff an? Immer Botzeit, immer. Bord lieber hier oder lieber hier? Überall. Hauptsache Wort. In der Augen die sind überhaupt Kane. Frage, weil manche haben den halt lieber hier, weil sie da direkt in Red Buff sehen. Manche haben den lieber hier, weil sie dann sehen, ob der... Hey, warte mal, ich bin ja Shyvana. Ne, ich starte bei dir. Ja. Jetzt war ich ein wenig verwirrt. Wer hat gesagt, okay. Na, wenn der einverstanden ist. Hast du gehört? Ja. You will lose. Der kennt uns schon. Ihr werdet sanieren. Ihr werdet sanieren. Ich glaube, gegen Fernkämpfer wie Urgard ist, glaube ich, Durant-Shield besser als Glove-Armor. Kann man mal schauen. Was ist denn das? Lush in der Mitte, oder? Urgard top. Naja. 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 Die haben halt, die haben halt außer Urgard nicht wirklich was Tankiges. Ja, das bitte ist sowieso scheiß Kombo, was die haben normalerweise. Gut, viel Damage auf Reichweite, aber wenn wir da drin sind, du mit deiner Ult und ich mit meiner hinterher. Ja. Deswegen, also. Die werden sich halt wahrscheinlich beide gar nicht in Angel holen. Aber im Endeffekt, gut, dann sterben sie. Sie sind halt für drei Sekunden, glaube ich, tot oder so. Sind es drei? Noch nicht. Dann können wir so wieder. Wir haben sie halt wieder, weil halt niemand mehr dann da ist, weil sie dann halt alleine wieder in uns drin stehen. So ist es. Gut, jetzt bin ich gerade mitten im Fight raus, ich glaube das war scheiße. Vince. D xD Okay, da war der Kain nur auf der Mitte. Hat er meinen Blut geklaut? Nee. 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 Oh ja, woher wissen die das schon? Los Leute, der hat den Exhaust. Schlippt es ihm, hart und schmutzig. Toll. Ah, Flash. Huh. Na gut. Das ist gut gelaufen. Ich habe ein Farben mehr als er. Oh. Ich dachte, die Weste holen. Warum ist der Kölz? Ja. Die Weste. Ja, zur Zeit keiner hat sich wirklich was gegen mich machen, er drückt mich zwar hinterm Tower, aber ich kann nicht hinterm Tower ganz gut fahren. Oh, er hat Ghost. Interessant. So, zacki, zacki. Wenn er sein Maschinengewehr anmacht, macht er mir 18 Schaden und durch meine Weste bekommt er 13 Schaden zurück. An sich, wenn du Toplane kommen würdest, könnten wir ihn halt killen. Ja, kann ich gleich mal machen. Aber mit Level 6 wär mir eigentlich lieber. Ja. Ich dachte, er war gerade Half-Life und hat Ulti gekriegt, so. Achso, na gut. Ich hoffe einfach mal, dass er sein Maschinengewehr noch mal aktiviert. Ja. 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 das war bestimmt die ult vor allem geht der lucian auch ad sehr nice ja wir haben halt nichts was IP es aus für der Kiste selber ja selber aber trotzdem das reicht nicht ja ich brauche so wie vor hat super funktioniert weiß was hat noch gut ist das wenn die aus welcher attackieren bei mir haben als er der Autorität der Soldaten aus dem auf jeden Fall ja er hat auch 20 Farms mehr ja Lucian finde ich auch keinen guten Pick auf der Mitte und das gerade wenn er noch ADC da richtig spielt ja vor allen Dingen weil Lucian halt mittlerweile nicht mehr so in der Meta ist der ist halt Early gut aber fällt halt im Late Game total ab richtig ja wir haben vergessen hier dufes Minja dufes dufes oh du willst kügeln sagst du ja wollte er gerade er hat zumindest kein Ghost mehr gehabt hat er halt gezündet als er seinen E aktiviert hat wo wir noch am Prügeln waren ohne dich das war halt nicht ganz so schlau das war halt nicht ganz so schlau jetzt muss ich auch irgendwie versuchen Mitte zu halten das ist nur noch Lucian das geht ja gut ja gut ja und ja heal die Jinx da sind nicht mehr mehr 100 Leben gehabt ja ich hab zwar gehen ja ich konnte da nicht hin ja vor allen Dingen wer ist da hingegangen wer ist hier einfach weggebrotet ja und der Ding ist ist halt hinter mir ja abgebrochen letztens weg mal abgebrochen gebrochen glaube ich glaube demnächst wenn du ganks versuche ich dir die kill zu lassen das glaubt sinnvoller richtig schon von alleine keine sorge ja aber ich sag mal so wenn du gankst wenn du kills hast kannst du jetzt besser die anderen lans ganken so ja gut für die ganzen lans wegfliegen ist natürlich schlecht jetzt versuche ich mal auf abadlein was zu machen ich habe gerade ein blub aufgegeben wie hat dann das gemacht hat er nicht mehr viel leben verloren der löschen ich dachte du hast den luschen getötet ich habe nur gesehen dass ein adc gestorben ist dann hätte ich auch sanks geschrieben ja dann war der blubber ist dann einmal durchgegangen vom mid laner zum mid laner zum jungler ja aber leider nicht leider zu schnell weitergegeben ja er ist halt auch er geht halt auf assassin ja die haben halt nur ohrgeld als tank deswegen ich hole mir auch nur hydra und ansonsten würde ich auch full tank aus der länder wird natürlich so weiter gefeadet und noch bin ich natürlich nicht tanky so ich komme mal zu dir habe aber leider noch keine ohrgeld ja ich habe aber ohrgeld na gut war ein bisschen jetzt gewastet dass wir beide jetzt noch geötet haben ja ich meine power näher wahrscheinlich nicht das Problem ist ich habe halt geölzelt und in dem Fall bin ich rausgetappt und tappst du mal raus keine Ahnung das habe ich halt ab und zu gemacht ich weiß nicht was das für ein Fehler ist ich weiß nicht was das für ein Fehler ist kann ich nicht sagen ok na jo so war es jetzt zuerst aber ne 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 luschen ja klar ah na gut Ocean Dragon wäre halt für uns beide ganz geil wa? mh auf jeden aber man kann nicht überall sein ne? das ist richtig oh jetzt krieg ich die Jinx auch noch Kills das ist der gute weißt du ich steht entweder haben sie null Kills oder vier Kills ich weiße 4 2 4 1 4 1 mh sie sollten fliehen nie so er hat übrigens wieder keinen Ghost ne hat er ja gezündet wo er weggelaufen ist ich komme auch wieder vorbei ich habe eigentlich noch keinen Ulti ne ja ich musste rausflashen und hätte die ulti reaktiviert also kriegst du durch den slower ich glaub nicht oder ich hab gleich ja aber der nimmt mich mit hat er ziemlich low und er hat auch schon fünf kills ja ich komme mit mir wäre ich mit meiner ulti reingekommen hätte ich ihn getötet wollte ich habe dabei war nein ist der zufälligerweise von dir oder ist es wirklich seiner gewisse und wie du mir heute ohne auf die eier der junge da gibt ihm nicht mal nun hat falls man aber ruhig doch nie machen weiß ich nur den und dann ist gut heute mit der full life flight das durch den red finde ich gut ich auch es ist ein air drake ok nicht schon alle sterben bis ich da wenn man ich kann doch nicht fliegen na gut er ist vielleicht gut gegen uns gegen unseren adc wer ist da aber wenn er dann gegen einen von uns kämpft der heil ist mir wirklich nicht mehr dabei er hat mir zahlen also pioner schaden gemacht Oh Mann, ey! Ich glaube ich... Ich glaube ich komme gleich mal mit runter zu euch. Ja, ich habe halt voll Granate gegen zwei gekämpft die ganze Zeit. Ja, okay. Aber immerhin noch ein Assist. Weil ich meine, gut, er steht jetzt zwar 0-4, aber ich glaube es bringt halt nichts weiter hier Toplane weiter zu stay'n. Hm. Ich hoffe mir jetzt auch eine schöne Überraschung für die Gegner. Ich werde mich freuen. Überraschungen sind immer gut. Mhm. Na gut, erstmal noch die Hydra komplett und da noch. Wir können mir nicht trotzen. Ein Gegner wird zum Berser-Wall. Holla. Ja, ich muss erstmal mit der Def'n. Berser-Wall haben halt gerade beide so close überlebt. Beide mit 300, 200 Lehnen. Schitter. So. Wollen wir auch mal runter gucken. Das Problem ist, er hat halt Blade of the Ruined King und Black Leaver. Hm. 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 Ich komme auch. Ah, Mist. Der Dingens kommt auch schon wieder hier. Ja, der will uns vom Greg weglocken. Hier war ein Ding. Oder auch nicht. Soll. Ja, der wird wahrscheinlich hier rüber ehen. Das ist eine coole Sache. Was wir heute machen. Okay. Wir können hier mitmachen. Toll. Abgelaufen. Scheiß Timing. Oh. Von hier kommt der Dingens. Ich habe hier noch eine Zyra. Oh oh. Ach, mach mal ab bitte da. Ich habe auch keine Ult mehr. Die läuft gleich ab. Wendtower hat jetzt relativ viel Schaden durch die Aktion gekriegt. Hm. Cover durch noch ein bisschen bei Rath. Aber der Kayn, der frisst gut. Ich gehe jetzt zu der Top-Lane. Ja. Ich gehe jetzt zu der Top-Lane. Ich gehe jetzt zu der Top-Lane. So, einen Teil meiner Überraschung habe ich jetzt schon fertig gebaut. Hat er denn. Dritter Item. Hey, 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 hey. Jetzt bau mich nicht nach. Oh yeah. Let's fuck these bitches. Let's fuck these bitches. ooo my ou. Oh oh, ho oh. Ohaa. Nur die Jinx weggenommen. Für mehr hat es noch nicht gereicht. ist ja er sollte ja das denn mal die war schön wie old muss ja mein asia verteidigen wenn ich dann schon mal beim team bin dann sollte ich das auch machen aber hat gut gesessen hätte ich nicht mit gerechnet bist du mir willst du mir auf die eier gehen da kommt und gegen zwei habe ich keine löst doch schon aber nur noch zu zweit sind ja oder wenn ich die habe ja besser eingefallen der flasher unnötig das ist schade dass die immer so lange dauert beim elf weit die holt er hat ja wirklich eine hohe abklingzeit 103 sekunden jetzt aber ich habe aber ich sag mal so der ulti die so viel impact im spiel hat ja du kannst ja wirklich einen kompletten teamfighter entscheiden wirklich so wie eine set und die auf 5 30 sekunden wenn sie auf 45 oder 45 irgendwie so nur beten also nicht beten sondern baden ja ein da gehen wir auch fighten nein mag ich nicht warte mal ich habe mir das gleich da naja So, warte mal. So, warte mal. Ob der Tower fällt jetzt wahrscheinlich nicht komplett im Moment. Red Team ist off. Er ist zum Glück nur einer, oder? Oh, lol. Warte mal, Lucian ist noch da. Echt? Oh, guck mal. Alter, der ist tot. Triff den. Oh, wie unlucky. Und weißt du, warum du gestorben bist? Weil er am Anfang ein Stück von ihm weggegangen ist und nicht direkt mit draufgegangen ist. Ja. Er hat ja nichts mehr gehabt. Aber vielleicht baue ich mir doch gleich noch Blade. Einfach um mich auch gegen zu heilen, weißt du? Dann hätte ich den Easy geschafft mit Zornmail. Kann mich ja keiner mehr töten quasi. Richtig. Vielen tun die Gegner sich dadurch auch weniger. Richtig. Der Red ist gleich wieder ab. Hm, da wartet schon drauf, aber ein Power kann zu sein. Ja, war anführlich nur ein Asiatower also. Der verliert ja mit der Zeit sowieso sein Leben. Achso, man, der Asiatower läuft. Ja. Ja, gut. Das ist eh scheißig. Na, jetzt wird's nicht. Oh Gott, ob der Botland die killt? Ja, warte mal. Hm. Oh mei. Guck mal, Late Game ist natürlich auch ne feine Sache. Und? Eingelaufen. Ja, ich muss Botland datten. Hm, ich komm mal drüber. Warte mal, sie haben Vision cleared. Lass die mich nicht sehen. Okay. Zum Drake. Hast du ult? Ich hab ult. Okay. Wir werden jetzt sowieso anfangen. Also, voll rein gleich. Wie? Wieso? Wieso? Ne, ich komm dem Asiatower entgegen da. Ja, ich werde sowieso tot, glaub ich. Nicht den Cain. Ja, komm dann das Drake machen, oder? Na? Ich hab gleich wieder's mal. So. Lucius. Jupp. Wenn er weiß, dass dort Cain ist, warum bleibt er dann da? Ja, das ist immer so die Frage. Das ist jetzt wahrscheinlich auch noch so. Aber ich glaub, der Asiat ist einfach wirklich nicht der Beste. Das ist, glaub ich, keine Absicht. Ne, glaub ich auch nicht. Passiert halt mal. Gibt halt immer mal so'n Game, wo du halt richtig Brütze zusammenspielst. Boah. Passiert halt. Jo. Eben. So lange als ich noch entschuldigt noch, weil das... Krass. Es ist ja auch keiner, der direkt flamet, so wie die Reign im folgenden Game. Ja, vor allem, das sind mir immer die Liebsten, die die voll reinscheißen und dann noch flamen, ne? So sind sie halt. Wenn's wenigstens die Carries wären, die flamen würden. Aber nein, immer die, die voll reinscheißen. Special D-Rains. Ja, Leute, ich hab noch keine 500 Rüstung. Ich bin grad bei 300. Da können wir mir reingehen. Ich hab 200. Ja. Das Ding hat geflasht. Da wollte ich jetzt nicht rüber ulten. Da brauch ich mir die Ulti lieber vor. Besseres auch. So. So. Sofort auf den Tower, bitte. Okay, den haben wir auch. Den auch. Eikaramba. Wie, kein Penta? Ähm, könnte es sein, dass ich den ersten oder den zweiten Grill gekriegt habe. Neeeein! Ich hab doch noch keinen Chiwana Penta! Weil, weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was das Problem ist? Du bist halt reingeultet und ich hab halt gesehen, Alter, geil, 4-Mann-Ulti oder 3-Mann-Ulti und du ultest bereit. Und ich glaube, damit hab ich einen getötet. Ja, stimmt. Jetzt können wir Baron machen. Wobei, ich tu mal Top-Lane. Nein, Baron. Baron. Alle. Danach kannst du gerne Top-Lane, aber wir müssen schnell machen, weil die ersten zwei von denen schon wieder leben. Dabei auch Urgott. Da unten ist er schon. Da hinten ist er schon. Da sind drei am Längen, oder? Ja. Nur, dass der Dämmer schweigt, weißt du, weil sowas wäre ärgerlich. Du siehst du, guck mal, ist nämlich auch nicht dabei. Ach so? Oh, lol. Das wusste ich nicht. Ich dachte eigentlich, dass der Kohle-Kammer hatte mit dabei. Ich weiß. Okay. Jetzt back. Oder du halt, top. Aber vorsichtig. Geht top und dann back. Oh, Lulu. Ja, kommt weg. Das ist immer das Wichtigste, dass die wenigstens dann noch base kommt. Oh, ey. Guck mal, der macht jetzt Schaden ohne Ende. Guck mal, der macht jetzt Schaden ohne Ende. Rageblade, Blaine, Tarricane. Oh, Rageblade, Tarricane. Und dann noch den Buff von Lulu. Ja, der geht jetzt ab wie Schmitzkatze. Dann hole ich mir jetzt wieder ein Locket. So, Mitte. Da bräuchte nur noch irgendwas zum Slowen. Für Nuki oder so. So, und er holt sich jetzt einfach einen Frosthammer. Das wäre halt auch... Ja, oder Frosthammer. Irgend so was halt. Hm? Ich gehe top-lane-split-pushen, mich kann eh keiner am One-on-One aufhalten. Weil du doch Hilfe brauchen solltest. Wenn die geh ich weg, ich hau ab. Entweder das oder... Äh, ich hab auch noch DP ab und daher. Mit einem One-on-One schafft mich keiner mehr von denen. Und mal sehen, wo sie versuchen zu Deffen. Beides können sie nicht. So, zwei sind noch mit. Das ist natürlich das Schlimmste überhaupt. So, der Teuer hier gehört mir. Also, die kommen jetzt zu dir. Also, Urgott und Cain sind auf dem Weg. Alles cool. Mach die immer weiter. Ja. Die anderen beiden sind hier auf Botlane. Oh, leu. Okay. Warte, warte, lass mich mal breiten. Danke. So. Okay. Du darfst gerne weitererzählen. Ja, sorry. Ich hab's vergessen. Weißt du, was so cool war? Die beiden standen... Also, Zyra und Jinx standen die ganze Zeit gesplittet. Und kaum hab ich gesehen, waren sie so nah aneinander. Ich bin ganz instant drauf. Mhm. Ja, ich hab gerade drei Leute verarscht. Ich hab sogar noch einen Kill dabei geholt. Ja, nice. Ach, stimmt. Der Tower macht mir ja kein Damage. Ach, stimmt. Ja. Wie geht's? Nice, nice. Ja, wenn man halt viele Squishies pickt, ne? Ja, der verliert natürlich gegen unsere geballte Tank Power. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo freuen. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.